Appenzell in Erhoden ist ein Kanton in der Deutschschweiz und zählt zur Region Nordostschweiz sowie zur Großregion Ostschweiz. Der Hauptort und zugleich einwohnerstärkste Ort ist Appenzell. Geografie Appenzell in Erhoden ist mit 173 Quadratkilometer nach Basel statt der Kanton mit der zweitkleinsten Fläche. Im Kanton werden 56,0 Prozent der Gesamtfläche als landwirtschaftliche Flächen genutzt. Der Kanton Appenzell in Erhoden grenzt an den Kanton Appenzell aus Erhoden und an den Kanton Sankt Gallen. Höchster Berg ist der Sentes im Alpstein, auf dem sich die Grenzen der drei Kantone Appenzell in Erhoden, Appenzell aus Erhoden und Sankt Gallen treffen. Bevölkerung Die Einwohner des Kantons werden in Erhoda genannt, gelten als konservativ und sind römisch-katholisch geprägt. Per 31. Dezember 2015 betrug die Einwohnerzahl des Kantons Appenzell in Erhoden 16.000. Die Bevölkerungsdichte liegt mit 92 Einwohnern pro Quadratkilometer weit unter dem Schweizer Durchschnitt. Der Ausländeranteil bezifferte sich am 30. September 2015 auf 10,8 Prozent, während landesweit 24,6 Prozent Ausländer registriert waren. Per 31. Dezember 2015 betrug die Arbeitslosenquote 1,0 Prozent gegenüber 3,7 Prozent auf eidgenössischer Ebene. Faktische Amtssprache ist Deutsch. Die gesprochenen schweizerdeutschen Mundarten gehören dem Hochhalemannischen an und heben sich einerseits durch zahlreiche ältere Lautungen und Wörter, andererseits durch eigene Neuerungen vom übrigen ostschweizerischen Dialekt Kontinuum ab. Der Kanton Appenzell in Erhoden ist ein römisch-katholisch geprägter Kanton. Sein Gebiet trennte sich 1597 im Rahmen der Landteilung vom evangelisch reformiert gewordenen Landesteil des nachmaligen Appenzell aus Erhoden. Geschichte Der Kanton Appenzell in Erhoden Seit 1513 wie aus Erhoden ein Glied der Eidgenossenschaft, bildete vor der Gegenreformation zusammen mit dem Kanton Appenzell aus Erhoden den Kanton Appenzell. Im Jahr 1597 hat Appenzell sich friedlich in zwei Halbkantone geteilt. In das reformiert protestantische Appenzell aus Erhoden und das katholisch gebliebene Appenzell in Erhoden. Diese sind heute im Schweizer Ständerat mit jeweils nur einem Staat mit zwei Sitzen vertreten. Sonst sind die Halbkantone heute eigenständige Kantone, wie die anderen Kantone der Schweiz auch. Nachdem der Landsgemeinde Kanton Appenzell im Mittelalter halbwegs demokratisch aufgebaut gewesen war, bildete sich seit dem 16. Jahrhundert wie in den anderen Kantonen in Erhoden zusehends eine elitäre Oberschicht aus, welche den Kanton selbstherrlich regierte, einzelne Familien beherrschten die Politik. Erst mit der Helvetik und dann im 19. Jahrhundert bildeten sich wieder demokratischere Verhältnisse aus. Appenzell in Erhoden war nach einem Bundesgerichtsentscheid von 27. November 1990 der letzte Schweizer Kanton, der das 1971 auf eidgenössischer Ebene beschlossene Frauenstimmrecht gegen den Willen der Stimmbürger auch auf kantonaler Ebene einführen musste. Verfassung und Politik Die gegenwärtige Verfassung für den eidgenössischen Stand Appenzell i. R.H. Datiert vom 24. Wintermonat November 1872 und wurde seither mehrmals geändert, so Ende des 20. Jahrhunderts, als der Gewaltenteilung größere Nachachtung verschafft und die Gerichtsorganisation revidiert wurde. Landgemeinde Die jährlich, in der Regel am letzten April Sonntag, in Appenzell abgehaltene Landgemeinde ist die Versammlung der Stimm- und wahlberechtigten Einwohner des Kantons und damit dessen oberstes Organ. Viele Stimmbürger tragen bei der Landgemeinde den Dingen, der früher als Stimmausweis diente. Die Abstimmung erfolgt per Hand erheben. Jedes Gesetz unterliegt der Abstimmung an der Landgemeinde. Finanzbeschlüsse des Großen Rates unterliegen der Abstimmung durch die Landsgemeinde zwingend, wenn sie einmalig wenigstens eine Million Franken oder während mindestens fünf Jahren wiederkehrend wenigstens 200.000 Franken betragen. Fakultativ unterliegen Finanzbeschlüsse der Abstimmung durch die Landsgemeinde, wenn sie einmalig wenigstens 250.000 Franken oder während mindestens fünf Jahren wiederkehrend wenigstens 50.000 Franken betragen. Die Löhne für das Staatspersonal sind dem Referendum entzogen. Jeder einzelne Stimm- und wahlberechtigte Einwohner hat das Recht, eine Initiative einzureichen, welche die Abänderung der Verfassung oder den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung eines Gesetzes bezweckt. Solche Initiativen sind der Landsgemeinde zwingend zur Abstimmung zu unterbreiten. Großer Rat Kantonsparlament ist der Große Rat. Seine wichtigste Aufgabe ist die Vorberatung der Verfassungs- und Gesetzesvorlagen zu Handen der Landsgemeinde. Im Weiteren erlässt er Verordnungen und Reglemente zum Vollzug der Gesetzgebung des Kantons und überwacht den Geschäftsgang aller Behörden. Außerdem prüft und genehmigt er die Jahresrechnung, legt das Budget und den Steuersatz fest und fällt die Entscheide über die Erteilung des Landrechtes. Schließlich verfügt er über das Begnadigungsrecht. Die Einsitznahme der Standeskommission und die Leitung des Großen Rates durch den Land am Mann wurde 1995 beseitigt. Mit den Neuwahlen im Jahre 2015 tritt eine Neuregelung in Kraft, nach der die Zahl der Großratsmitglieder auf 50 festgelegt wird. Jedem der sechs Bezirke stehen dabei mindestens vier Vertreter zu. Die restlichen 26 Mandate werden der Einwohnerzahl nach verteilt. Nach der zuvor geltenden Regelung wählte jeder Bezirk aus den in seinem Gebiet wohnhaften Stimmberechtigten auf 300 Einwohner je ein Mitglied, wobei eine Bruchszahl von mehr als 150 Bezirkseinwohnern einen Bezirk ebenfalls zu einem Vertreter berechtigte. Aus diesem Grund war die Zahl der Großratsmitglieder bisher variabel. Die Amtsdauer des Großen Rates beträgt vier Jahre. Die Wahlen finden in den meisten Bezirken an offenen Bezirksgemeinden statt, in Obereck jedoch an der Urne. Sitzverteilung pro Bezirk Appenzell 18 Schwende 6 Rüte 10 Schlathaslen 4 Gonten 5 Obereck 6 Total 49 Insgesamt sind 9 Frauen und 40 Männer im Großen Rat. Kantonsregierung ist die Standeskommission, die alljährlich von der Landsgemeinde gewählt wird. Sie zählt sieben Mitglieder, die in ihrem Amt jeweils traditionelle Amtsbezeichnungen tragen und ihren Departementen vorstehen. Die Standeskommission kennt nur eine bedingte Selbstkonstituierung. Vier ihrer Mitglieder werden vom Stimmvolk direkt in das jeweilige Amt gewählt. Die drei übrigen erhalten ihre Ämter von der Standeskommission zugewiesen. Regierender und stillstehender Landarmann wechseln sich in einem Tunus von zwei Jahren ab. Die ordentliche Landsgemeinde vom 26. April 2015 wählte Roland Innauen zum regierenden Landarmann und Daniel Fessler zum stillstehenden Landarmann. Die weiteren Mitglieder der Standeskommission wurden wiedergewählt. Für den zurückgetretenen Landeshauptmann Lorenz Koller wurde Hauptmann Stefan Müller gewählt. Bis zur Verkleinerung der Standeskommission von neun auf sieben Mitgliedern 1996 gab es überdies den für das Militärwesen zuständigen Landeszeugherrn und den für das Sozialwesen zuständigen Amt Leutzeckelmeister. In jedem Bezirk besteht ein der ersten Gerichtsinstanz vorgeschaltetes Vermittleramt. Erste Gerichtsinstanz sind die beiden von den Bezirken gewählten Bezirksgerichte für das Innere Land und die Exklave Oberegg. Zweite Gerichtsinstanz ist die Abteilung Zivil- und Strafgerichtes von der Landsgemeinde gewählten Kantonsgerichts in Appenzell. Für den gesamten Kanton bestehen überdies eine Schlichtungsstelle für Miet- und nicht-landwirtschaftliche Pachtverhältnisse, eine Schlichtungsstelle für Gleichstellungsfragen und ein Jugendgericht. Erstere beide werden von der Standeskommission, das letztgenannte vom Großen Rat, gewählt. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird von der verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Kantonsgerichts ausgeübt. Das Sparngericht, das dingliche Streitsachen, sofern diese Flur und Weide, Quellen und Brunnen, Bach und Holz, Steg und Weg betrafen, sowie das Kassationsgericht, das für Nichtigkeitsklagen und Beschwerden zuständig war, wurden 1998 aufgehoben. Bezirke Die Bezirke sind die lokalen Verwaltungseinheiten im Kanton Appenzell in Erhoden. Sie entsprechen den politischen Gemeinden anderer Kantone und werden daher in Statistiken USW häufig als Gemeinden bezeichnet. Die Bezirke entstanden 1872 aus den ehemaligen Roden. Nachfolgend aufgelistet sind alle sechs Bezirke per 31. Dezember 2014, da sich verschiedene Bezirke das Dorf Appenzell aufteilen. Wurde schon im 16. Jahrhundert für gemeindeübergreifende Aufgaben eigens eine Spezialgemeinde gegründet, die Feuerschaugemeinde, welches das Dorf Appenzell mit seinen Außenquartieren umfasst. Heute ist die Feuerschaugemeinde für die Baupolizei, die Feuerwehr sowie die Wasser- und Energieversorgung zuständig. Schwende und Rüte teilen sich ferner auch das Dorf Weisbad. Die Bezeichnung für einen Bezirkspräsidenten ist Bezirkshauptmann, der Stellvertreter wird als stillstehender Bezirkshauptmann bezeichnet. Die Hauptmänner haben ähnliche Funktionen wie Gemeindepräsidenten anderer Kantone. Die vom Großen Rat geplante Strukturreform, wonach das innere Land zu einem einzigen Bezirk zusammengeschlossen werden sollte, wurde an der Landsgemeinde vom 29. April 2012 abgelehnt. Freiwillige Fusionen einzelner Bezirke bleiben möglich. Das Bundesamt für Statistik führt den gesamten Kanton bereits als einen Bezirk unter der BFS-Nummer. Bräuche, Alpfad und Alperpfad Die Bauern bringen ihre Kühe im Frühling auf die Alp zur Simmerung und holen diese im Herbst wieder ab. Dabei werden häufig die Trachten angezogen und die Bauern werden von Appenzeller-Blessen begleitet.